Vom 23. bis 27. Oktober fand sie statt, die Euroblech 2012 in Hannover. Die internationale Technologiemesse für Blechbearbeitung lockte über 60.000 Fachbesucher aus aller Welt. Innovative Produkte für die gesamte Fertigungskette wurden präsentiert. Wir besuchen nun den Messestand der Stopa Anlagenbau GmbH. Hallo Herr Gerber, schön, dass wir Sie hier auf der Euroblech 2012 an Ihrem Stand besuchen können. Erzählen Sie uns so etwas über Stopa. Nun, die Firma Stopa beschäftigt sich im Schwerpunkt mit der Herstellung von Blechlagersystemen. Hierin haben wir eine jahrzehntelange Erfahrung und weltweit über 1.600 installierte Systeme. Wir beschäftigen derzeit rund 200 Mitarbeiter und haben unseren Sitz in Aachen, südlich von Karlsruhe. Wir stehen vor einem Ihrer Lagersysteme? Ja, richtig. Es handelt sich um unsere Neuentwicklung, das Stopa Compact 2. Wir verstehen unsere Systeme jedoch nicht nur als Lagersystem, sondern vielmehr auch als Logistiksystem. Denn neben der eigentlichen Lagerung übernehmen wir auch den Transport und die Bereitstellung des Materials an der angebundenen Maschine. Was ist das Neue an der Stopa Compact 2? Nun, wir haben durch eine Baumaßoptimierung dafür gesorgt, dass wir bei gleicher Systemhöhe noch mehr Lagerplätze unterbekommen. Das bedeutet für den Kunden einen noch besseren Raumausnutzungsgrad. Des Weiteren haben wir durch eine neu entwickelte, patentierte Wiegeinrichtung dafür gesorgt, dass die Zykluszeiten weiter reduziert werden konnten. Und das bedeutet noch mehr Produktivität in der Bereitstellung des Materials an der Maschine. Durch ein intelligentes Energiemanagementsystem sorgen wir dafür, dass die generatorisch erzeugte Energie, die beim Senken der Traverse entsteht, bei anderen Antrieben zur Verfügung gestellt werden kann oder optional sogar in das Spannungsnetz zurückgespeist werden kann. Dadurch hat der Kunde geringere Energiekosten und gegebenenfalls sogar Steuererleichterungen. Warum sollte ich mich als potenzieller Kunde für Sie als Firma entscheiden? Nun, die Firma Stober hat weltweit die größte Erfahrung, wenn es darum geht, automatisiert Blechbearbeitungsmaschinen an Lagersysteme anzubinden. Unsere Produkte stehen für eine sehr hohe Qualität und Verfügbarkeit. Unsere Vertriebs- und Projektingenieure stehen von der ersten Anfrage bis hin zur Inbetriebnahme und Bedienerstuhlung zur Verfügung und sorgen dafür, dass wir gemeinsam mit dem Kunden die optimale Lösung für deren individuellen Fertigungsstruktur finden. Dankeschön! Mehr über unser Angebot erfahren Sie hier. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.